Herzlich Willkommen bei Urs Bergmann, Florist mit Leib und Seele. Mit viel Liebe wurde eine ehemalige Apotheke zu einem charmanten, schlichten und modernen Blumenladen umgestaltet. Blumenkultur im Herzen von Zürich. Tagesfrische Blumen, duftende Arrangements, einzigartige Gefäße und Floristik auf höchstem Niveau. Dies leben und zelebrieren Urs Bergmann und sein Team Tag für Tag. Geschickt werden Raritäten aus der Natur zu einem einzigartigen Ganzen kombiniert. Immer neu, immer anders und ganz und gar exklusiv. Der Kunde als Mensch wird, wenn immer möglich, individuell angesprochen. Auf Wunsch kann eine floristische Beratung auch zu Hause stattfinden. Lassen Sie sich von einer einzigartigen Atmosphäre verzaubern. Urs Bergmann und sein Team freuen sich auf Sie.